und willkommen liebe freunde und ja tschuselt, der hatte doch keine lust gehabt doch und guck mal hier ich weiß ich hatte ähm speierstand ist ja kaputt gegangen wie ihr wisst was ich jetzt glaube schon zum zigsten mal erzähle und ich habe jetzt ganz einfach gedacht ja eigentlich wollte ich hatte ich ja die ganzen fahrzeuge die ich eigentlich schon hatte aber nee macht keinen spaß weil ich hatte ja wie man sieht auch an meinem kontostand ein bisschen nachgeholfen damit ich wieder nicht komplett von vorne anfangen muss weil ich muss ja noch gewisse andere spiele auch noch mal auf den alten stand zocken und ja wie ihr seht habe ich autos gelöscht und zwar alle autos die ich noch nicht hatte ich will hoffen dass ich einigermaßen gemacht habe und ja wir fahren natürlich jetzt bei rennen in der hoffnung dass wir in der karriere wieder ein bisschen weiter kommen und einfach mal probieren ich weiß manche autos sind etwas über port aber so ist das halt nun mal und die musik muss man leider ausstellen so jetzt probieren wir erstmal die steuerung dran lernen müssen wow und schon eins hält mit russ ah die hat was kann Und nicht wo es Marschmaum ist, wo alles wieder ist. Sehr schön. Doch nicht alles verlernt. Wir haben jetzt zwar wieder nur TK. In einem Moment will ich das hoffen. Aber, ja. Wir versuchen natürlich wieder alles zu erspielen. Ami macht das ohne Musik keinen Spaß. Aber... Wenn da so Musikrechte futziges kommen... Tja, kann man nicht mehr hören. Na ihr Lammkrücken. Einfach mal mit einem Satz X mal vorbei. Okay. Schon mal. Ist so... Nee, nee, nee. Wir haben das Fahren doch noch nicht voll die Ahnung. Nein. びkachts Grenzwig der 3. Okay. Ist doch mal so funktioniert, ändert es sich krick! Schmbach! Ist doch dann das mesmo, was deine Ahnung. Em真的很 bezahlen! Schproof! mal wieder ein bisschen werden das zu lange machen dass wir alle fahrzeuge regulär haben ich habe jetzt auch alle profi fahrzeuge ich hatte ja zweifel gemacht auch schon fahrzeuge tun hatte die ich nicht hatte vorher die habe ich auch alle verkauft ja und natürlich bei mir ich gebe einfach ja weil ich jetzt ein teil von meinem fuhrpark verkauft habe deswegen es gibt auf dem ja 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 auto reparieren ab zum rennen besser wäre es mal ein Team-Team-Rennen aber naja wir müssen irgendwas halt machen sonst das war das nicht nein nein okay und ach die ist doch so schön Wie gesagt, ich breche auch keine Let's Plays ab, wie gesagt, bei mir könnte auch wirklich sicher sein, dass ich die auch komplett zu Ende spiele. Auch wenn es mit ein bisschen Verzückung ist. Wobei, bei Let's Plays sind ja schon mittlerweile über ein Jahr und schild. Oh, jetzt gerumst. Aber alle. Sehr schön. Den Sub-Raum muss ich nicht aufpassen. Ja, 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 da hinten Ruhe. Aber können ja nur andere Autos, also die KI, ja. Ja, ist nicht wirklich die hellste. Nein. Ich muss mal wieder ein bisschen reingucken. Nichts noch Decay. Ja, Schaden verursacht. Wer denn hier Schaden gemacht hat? Keine Decay. Das war ich rein. Muss ich mal wieder reinkommen. Schade. 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 Das war's, Leid. So schnell kann das gehen. Okay. Und danke. So kann das gehen, wenn jemand missbaut. Das war auch nicht ganz fair, aber naja, wer Schläge austeilen kann, muss auch einstecken können. Bei uns ist alles im Arsch, Penner. Das zahlst du. Coole Nummer auf dem Rund... Hey, Karrenvertrümmern war nicht abgemacht. Ja, ja, ja. Können wir ja schon alles. Jo, und das soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Von... Und ja, wir haben neue Fahrzeuge. Was haben wir denn? Ja, wie man es sieht... Hammer... Oh Gott, wir haben alle Fahrzeuge. Aber... Ihr wisst, was das heißt. Ich werde die ganzen Fahrzeuge aufkaufen. Und... Ja. Dann im Spiel ein richtiges Ende hinzufügen. Und... Wie gesagt, ich mache den Arcade-Modus auch nochmal. Und ja. Dass es einen richtigen Abschluss gibt für das Spiel. Also... Es hat es nicht verdient. Leider ist ja damals die Festplatte hochgegangen. Oder ehrlich gesagt. Er hat mir einen Fehler aufgedreht. Die Festplatte ist immer noch drin. Aber irgendwie hat es Macke gemacht. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es weitergeht. Bis denn! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.